und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen runde league of legends und wir sind mal wieder mit unserem freund zion unterwegs so was nehmen wir noch nehmen wir das hier noch unsere laufstiefel damit ein bisschen schneller sind und dann geht es schon los so zacker zacker dann mal los ja ich bin mal sehr gespannt wie sich heute hier verhalten wird ich bin mal sehr gespannt wie es heute mit dem team hier funktioniert und wie auch sich der kleine zion schlägt das sage ich dir nicht das kann ich dir nicht sagen du es wird auf jeden fall nicht ganz so einfach werden glaube ich weil sind ein paar sehr unschöne gegner dabei ja wir haben unseren kryptischer blick der ist schon mal nicht schlecht als nächstes sollten wir noch hier auf jeden fall die umarmung des todes auf motzen und dann bin ich mal sehr gespannt wie wir uns hier schlagen ich hatte letzt ja gestern gestern noch so eine runde gespielt mit einem anderen team zusammen das hat sehr gut funktioniert jetzt bin ich heute mal sehr gespannt weil ich auch jetzt nicht mehr über die tastatur sondern über ein racer gamepad spiele da bin ich mal gespannt wie ich da im was wie funktioniert denn das alter da erstes blut wie geht denn das so schnell 2345 okay die versorgen sind erschienen und wir ziehen jetzt in den kampf und los geht's kleiner kackstiefel ich kriege ich noch ab nein 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 ja das war super das war richtig gut okay wir sollten gucken dass wir jetzt mal ganz schnell da wieder hinkommen der war auf jeden fall nicht gut der war gar nicht der war gar nicht wo 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 Wer ist euer Beschwörer? Ja Oh So wir müssen hier echt aufpassen jetzt So und jetzt geht los Ja ich auch Oh ich muss hier weg Ich muss hier weg Ich muss hier weg Scheiße Das sind einfach viel zu viele So nix wie weg Nix wie weg Nix wie weg Nix wie weg Wow scheiße So jetzt sind wir nochmal neu Auf in den Kampf Meine Fresse die sind echt heftig hier Junge Junge Nein wir müssen uns erstmal zurückziehen glaube ich Wer ist euer Beschwörer? Und was macht ihr? Alter So ich geh erstmal Zurück zur Beschwörer Plattform Und uns nur eben aufladen So geht's nicht So kommen wir auf jeden Fall nicht voran Na dann sterben wir gleich wieder Da hab ich gar keine Lust zu So alle Gegenstände Wir brauchen was für die Abwehr Und dann nehmen wir uns am besten das mit Zack Zack So Führt mich in die Schlaf Und los geht's Ein Gegner wurde getötet Sehr gut Doppeltötung Hab auf meine Angst Ja Ich komme Ich komme Also unsere zwei Gegner hier sind echt heftig Meine Fresse Kann ich da nur zu sagen Wer ist euer Beschwörer? Und was macht ihr? So jetzt gibt es einen auf die Glocke hier Blutrausch 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 oh nein wir müssen hier wieder weg so müssen wir uns jetzt hier alleine irgendwie durchschlagen weg hier weg hier weg hier der tülle weg scheiße 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 wow der ist verdammt schnell der kollege so es war ein augenblick müssen wir hier warten haben wir wieder energie weg 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 wow der scheiße hat uns hier von hinten erwischt ich glaube das alles gar nicht wir sind einfach grottenschlecht heute der war gar nicht gut nein der war nicht gut der war nicht der war gar nicht gut ich dich so wir nehmen uns besser mal was anderes mit und los geht's warum kann ich ja jetzt komm ich ich komme mit getöse so und los geht's so jetzt aber boah alter das gibt's doch gar nicht leck mich doch am popo das ist alles aber nicht gut heute wir sind heute nicht gut wir sind heute überhaupt nicht überhaupt nicht gut heute läuft irgendwie gar nicht und irgendwie ist das doof ich weiß es nicht aber gut wir lassen uns davon nicht unterkriegen wir kämpfen uns weiter durch ja gut es kann ja auch nicht immer gleich gut laufen ja ich auch ich auch aber ich komme ja schon jetzt aber läge weg hier weg 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 mal gucken ob wir das hier schaffen Ja, kannst du vergessen, Kollege. So, jetzt aber. Jetzt kriegen wir den Turm. Wow, 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 wow. Okay. So, jetzt aber. Jetzt geht es los hier mal. Jetzt wollen wir gucken, dass wir das hier aber auf die Reihe kriegen. So, jetzt geht es gut aus, jetzt geht es gut aus, Jungs. Oh, 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 oh. So, das können wir schaffen jetzt. Okay, Jungs, das macht ihr. Jetzt haut rein. Okay, zacker. Ja, nein, da kommt schon wieder ganz so viele von denen. Oh, jetzt. Jetzt schaffen wir es. Komm, zack, immer drauf, immer drauf. Kommt, Jungs, kommt, Jungs. So, jetzt sieht es doch ganz gut für uns aus. So, kommt, Jungs. Okidoki. Komm, gib alles, Kollege, gib alles. Ja, egal, egal. Das sieht gut aus hier, was wir machen. Komm, den kriegen wir, den Turm, den kriegen wir, den kriegen wir. Und los geht's. So, jetzt aber. So, zack, weiter hier. Alter, du störst mich hier in eurer Arbeit. So, kommt, Jungs, kommt, Jungs. So, den kriegen wir hin, hier. So, den kriegen wir hin, hier. Ja, hier gehe ich doch nicht mehr hin. Weg hier. Weg hier. Jawohl, wir haben es geschafft. Puh, das war eine harte Nuss heute, alter Schwede. Das war wirklich eine harte Nuss. Aber nun gut, letztendlich haben wir es dann geschafft. Sion ist nicht immer wohl der beste Champion gegen die Fernkämpfer, aber letztendlich, wenn man ihn dann aufgelevelt hat, kommt man doch ganz gut mit ihm durch. Hat auf jeden Fall einen Riesenspaß wieder gemacht. War ein bisschen anstrengender als sonst, aber gut, wenn man auch in den Stufen aufsteigt und dann etwas schwierigere Parts spielt, dann ist es nun mal nicht mehr ganz so einfach wie am Anfang. Aber das macht das Spiel ja gerade erst aus. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.